Norddeutscher Rundfunk 2021 Okay, Scooby, leg ihn mit ner Links-Rechts-Kombination flach. Ja! Links-Rechts! Scooby-Doooby-Doo! Los, Champion! Mach den Versager mit der Super-Super-Scooby-Doooby-Schneeschleuder fertig! Super-Scooby-Doo! Ah! Ja! Jetzt sitzen wir in der Falle, Scooby-Doo! O-ho-ho-ho-ho! Hilfe! Tolles Spiel, Helm. Ja, toll. Wir sind immer noch dicht am Wasser. Da sind alle möglichen Fische drin. Ja, also die sind wirklich wunderschön. Die Mädchen? Nein, die Netze. Netze? Ich frage mich, wie belastbar die sind. Die sind aus Nylon und einfach absolut perfekt für Fallen. Hast du Lust, etwas zu laufen? Hier vermisst uns sowieso keiner. Scooby-Doo, ist das etwa dein Magen? Äh, meiner ist es nicht. Ist das eine Krabbe oder ein Mensch? Das ist ein Kranch. Ähm, eine Mabe. Das ist eine Menschenkrabbe. Nein, 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 nein. Doge ich noch ein Krabbe? Nein, nein! Aber vielleicht ist er gar nicht so schlecht dran. Oh! Oh! Pua! Teddy! Warte auf mich, Scooby! Ich will mitkommen! Wir haben's geschafft, Scooby, alter Freund! Fliegen wir mit dem Ballon ins Dorf runter und dann nichts wie ab nach Hause! Hey, du Kurche! Lass uns kämpfen! Such dir beim nächsten Mal gefälligst jemanden, der ebenso fett ist wie du! Oh! 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 Oh nein! Foten weg von einem Scheggy! Angriff! Sehen wir mal nach, wer wirklich hinter diesem Glutendämon steckt. Franzi Lee Jackson? Schleifung! Bein Klingel! Wir sind übrigens auch hier, wie wir in den Aufmerken sollen. Sie sind wirklich in der Ähnung, die hat zu tun, wenn wir im Schiffen gehen. Alles, was wir sehen, haben wir in den Klingel! Vielen Dank.